Hallihallo, Hallöda und Willkommen zurück zu KTLAS. Äh, ja, hier ist ja ein bekanntes Bild, äh, ein bisschen Stoff. Ich, ein Bild, drei Stoff. Es laufen Schweine und Schildkröten und Katzen alle zusammen. Ich wollte mir das jetzt mal angucken. Es kann nicht sein, dass wir gerade spielen. Wir müssen ja bestimmt wieder irgendwas lernen. Jetzt alles herstellbar. Ich würde gern so ein Wirt hergestellt in Schmiede. Ja, allerdings, wo haben wir denn eine Schmiede? Leute, wer das doch schon lernen kann, muss ich doch irgendwo auch eine Schmiede erlernen können. Geheimnis des Bauens. Seht ihr hier eine Schmiede? Ich nicht. Bücherregal, wow. is er nochmal ananderen, oder? Oh, das ist doch ein Schmied. Da ist ein Bischer民st. Ist jetzt eine Es präsent. Ach das hat ein Schwimpp. Und dann können wir die Schmiede lernen. Die Metallkunde, wir brauchen die Metallkunde, also müssen wir noch ein Level aufsteigen. Trotzdem würde ich gerne mal mein Haus wiederfinden, das wäre gleich mal angenehmer. Ich bin zwar nicht mit meiner Leiche, weil, ja, weil, ne? Geh jetzt hier mal den Strand lang, das muss ich ja nicht sagen. Ich weiß leider auch nicht, wir werden wahrscheinlich auch nochmal sterben, es wird super spannend, diese Folge bestimmt. Ich ahne das, dass wir hier wieder nichts geschissen kriegen. Ist irgendwie traurig, oder? Das könnte allerdings da drüben sein. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wir wollen mal gucken. Ne, da bin ich gerade gestorben. Habe ich überhaupt was dabei gehabt? Verrottet. Auch nix. Aber, der Strand ist ja lang. Also in diese Richtung scheine ich nicht zu gehen. Ich war nicht so weit weg schon, oder? Das ist ein Stier. Oh, Möwen. Die Möwen greifen an. Bist du friedlich? Lass mich in Ruhe. Speer, womit steht denn Speer? Ein Speer ist jetzt erstmal wichtig. Feuersteine, Holzfasern, äh, was soll. Ne Spitzacke. Ne Spitzacke ging mit, äh, Holzstein. Ich brauche kein Stroh, ich brauche Holz. Ich brauche kein Stroh, ich brauche Holz. Ich brauche ein bisschen mehr. Man kann mal so richtig reinwärmsen. Holz. Stroh. Bauen wir ein bisschen mehr Holz. Bin da schon wieder tot. Ist viel schlimmer. Wissen Sie, wo ich wohne? Auch nicht. Hier auf jeden Fall nicht. Ich bin mein Haus nie wieder. Oh mein Gott, das ist ja dämlich, der geht einfach nur in die falsche Richtung. Ja. Wenn mein Orientierungssinn so super wäre wie vielleicht euer, dann würde ich vielleicht auch mal ein Haus finden, aber nein. Ich brauche kein Holz, Holz, my ladies, ist zu wenig. Ich habe gleich jeden Baum einmal geklatscht. Also hier ist auf jeden Fall auch nix, also zumindest nicht mein Haus. Jetzt kann man da einfach nebenbei schmallen. Ich bin mein Haus. Ich habe schon das Huhn alleine kaputt. Ich habe wieder 18. hier übrigens auch ein schöner Ort gewesen, aber naja. Ich dyohydriere schon wieder. Ich habe noch keine, irgendwie, Pillen wollte ich schon sagen, keine Dings gefunden. Bären, die mich irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen heilen, aber die Wasser geben oder so. Ich weiß hier gar nicht. Eine harte Absicht. Das Tittert hat hier nicht mehr eingebaut worden. Was ist jetzt von wem oder was? und nichts getan. Danke schön. Aber es soll ja hier irgendwo auch so Süßwasserquellen geben, habe ich gelesen. Ich lese ja manchmal auch. Wir haben so feuchte Stellen. Es soll Wasser sein, ich weiß noch nicht, wo feuchte Stellen sind. Hier kann man nicht Wasser fischen. Es geht schon los. Ah! Das ist eine Süßwasserquelle. Ich raste aus, Leute. Hier ist einer. Kannst du mal nur noch wissen, wo ich... Ist das mitten? Wo ich gebaut habe. Okay. Cool, dann bauen wir hier einfach neu. Weil in so einer Süßwasserquelle ist ja genial. Hier ist auch kein Alpharuhm. Ich habe mich jetzt für bissvoll lachen über meine... Aus hier stehen. Ist das auch Süßwasser? Dann bauen wir einfach hier neu, weil hinter uns die Süßwasserquelle ist doch... Genial. Hier ist auch kein Alpharuhm. 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 Ich habe schon von Alphar Kevin gehört, aber noch nicht von Alpharuhm. Gute Scheiße ist, wir müssen uns wirklich alles hier irgendwie wieder neu erkraften und so. Aber das ist mir gerade sowas von Latte. Weil ich da hinten habe ich doch gar nicht klart. Hier haben wir wenigstens eine Trinkwelle gefunden. Hier haben wir wenigstens eine Trinkwelle gefunden. Was bräuchte ich für eine Axt? Feuerstein. 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 Können wir hier hin? Eine Mutschel. Teile noch auf. Teile noch auf. Teile noch auf. Warte. Gut. Wir brauchen natürlich ähm... Fleisch und so. Geil noch schnell. Jetzt geht's nicht. Ich bin schwer am Atmen. Schwer am Atmen. Ah. Weil wegen... .... Munchredel irgendwie so... Verliere die Gefühl immer noch energie. Sei es noch nicht warum? Wollen wir heißen? Ja, was soll ich denn was tun? Ich kann mich da reinlegen. Ich bin ganz kalt. Ich bin auch so bellig, um eine warme Quelle zu sein. Das Problem ist auch einfach, wir brauchen Leder. Davon wir schweigen, zum Beispiel eine Pelz. Pelz, Nutzen, Spendisch. Die Hosebrüche ist nicht zu viel. Stroh, 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 Dings hier. Nicht Wand. Hier ist Level 25. Hier müssen wir erstmal ein Level aufsteigen, weil... Ich bin ja natürlich in der Nähe von meinem Feuer. Das war schon so geplant, wie es geplant war. Aber trotzdem brauche ich irgendwie noch Leder. Weil... In der Fall komme ich ja nicht weit mit dem, was ich habe. Allerdings könnte ich... Ich hoffe, hier ein bisschen zu heilen. So ein bisschen Holz reinschmeißen. Und jetzt Fleisch. Und dann The Fire einfach mal machen. Wenn wir hier weiter gucken... Und jetzt hoffentlich mal irgendwas entgegenkommt, was Leder abgibt. Was ich natürlich auch kaputt kriege. Ähm... Wäre ganz nice. Das ist auch ein Huhn. Das ist auch ein Huhn. Was kein Alpha Huhn ist. Das ist auch ein Huhn. Weil ich hätte gerne mal ein Bett. Ich hätte respawn können. Was brauche ich denn für's Bett? Ja, war klar. Stroh ist so. Gar kein Thema. Nur halt... Die Tierhaut. Er gibt halt einfach nichts. Selbst wenn ich einen Blatt machen würde... Würde er mir Pelz geben. Mit Pelz. Kann ich nichts anfangen. Ich wollte mir keine Pelzrüstung bauen. Also müssen wir hoffen... Das wir noch einiges hier zusammen wurschteln. Es wäre einfacher, wenn... Das Leder am Strand wächst. Selbst von einem Affenkirchen wird Pelz und kein Leder. Tierhaut ist es nicht leer. Entschuldigung. Mir rennt ja auch wieder nichts rum. Da ist ein Wöven. Doch da sind Wöven. Ich habe es auf die Wöven gesehen. Ekt es? Ich habe es auf die Wöven gesehen. Ich habe es auf die Wöven gesehen. Wir moeren die Wöven. Für uns einst du noch mal was. Ist das andere fähig? Wo irgendetwas anderes stattfindet, baue ich mir ein Bett. Ja! Holz brauchen wir noch und Stroh. Das kriegen wir hin. Gib mal den nächsten großen Baum her. Endlich! Wir können ein Bett bauen, Leute! Unser erstes Bett! Wie viel Stroh brauche ich denn noch? Ohne mehr Stroh? Holz! 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 Das brauche ich schon mehr Stroh. Können wir schon bauen? Nein! Vier Holz fehlen noch! Geht's aber. Ist das schon... Ach, stopp mir! Was habe ich gesagt? Ja, du kannst so viel meckern, wie du willst. Das ist schon mein erster Bett. Jetzt geht's zurück. Wird was hinstellen können. Ich will dich immer einfach rennen, respawnen! Ich will das nicht mehr! Ich will das nicht mehr! Da muss der Affe jetzt tot allein! Nein! Habe ich jetzt schon mehr gedrückt? Oh, Leute! Oh, mein Sperr kaputt! Das ist jetzt auch nicht so wichtig! Das ist jetzt auch nicht so wichtig! Das ist noch ein... Oh, mein Sperr kaputt! Und dass meine Spitzer kann noch nicht kaputt ist! Ja, da hinten stommen! Da, da hinten, da. Da hinten, da! Oh Gott, es ist nicht so wild, weil wir haben ein Bett, ein Bett, was wir jetzt erstmal schön platzieren, bevor irgendetwas anderes passiert. Was für ein Bett, das ist ja eine enge Magde, aber wir wollen uns nicht beschweren, weil... Schnell reisen, wir können doch gar nicht schnell reisen. Wir wollen nicht hier noch ein bisschen verfeinern, will ich jetzt mal so behaupten. Wände wären auch nicht schlecht. Aber gegen Baumgorn können wir wieder eine Spitzhacke bauen. Neues Level! Wir können die Schmiede bauen! Wir wollen die Schmiede bauen! Wir wollen die Schmiede bauen! Wir wollen die Schmiede bauen! Und wir wollen die Schmiede bauen. So, meine Freunde, wo war das denn jetzt? Da, Metallkunde. Da müssen wir erstmal... Intelligenz. Ja, wir können der Schmiede bauen. Ich rast aus. Schmiede, was brauchen wir denn da für Metallsteintier? Ja. Mir wird gleich richtig heiß. Ja, dann können wir nicht auch endlich so einen Wasserpott bauen. Habe ich neue Tiere auch? Dann können wir uns auch so einen Lederschlauch zerbauen. Und den mal im Süßwasser füllen. So, vielleicht einmal zwischendurch mal wieder Fasern. Das hat am Anfang immer alles so kompliziert sein muss. Haaa... Wollen wir setze den Wasserschlauch jetzt nicht einfach? Ach, keine Braut. Ach, doch. Ach, der ist ein Mensch. Ich verstehe. Ah ja, was denn das? Ich muss nicht Null drücken, sondern voll Null. Doch. Ich hoffe, dass du dann sitzt. Tja. Ähm, 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 Wende, Wende, Wende hätte ich gerne Wende. Ja, 60 Stück. Sind wir schon ganz... Ja. Jetzt diesmal eine kleine Röde. Erstmal. Weil... Wie ihr seht... Wie sie sehen, sehen sie, ähm, nix. Beziehungsweise nicht. Hier hätte ich gern Eingang gehen. Aber die Tür muss ich anscheinend auch noch geben. Du bringst mir ja nischt. Außer Stress. Ich brauch schon wieder Tierhaut für die Schmiede. Ähm... Ein Metall kommt da raus. Mit 5, 5, 100... Ein Ersterb. ich habe es euch gesagt wir sollten farb repariert von dem bayer habe ich auch noch den boden für die unteren schädel gerne mal sowas wie wir haben ein metall für uns noch und dann fehlt uns allerdings er wieder mal tierhaut damals eine mit aber tierhaut fehlt uns tierhaut ist er hier jetzt nicht einfach zu kriegen das haben wir ja schon rausgefunden tierhaut ich muss ein paar bärchen mitnehmen habe ich gesagt holz das ist schon zu viel strudel strudel ich werde erstmal gucken dass wir noch tierhaut kriegen weil das war richtig nice damit wir die schmiede bauen können damit wir auch wasser trug und so bauen können nicht andauernd hier darauf warten müssen dass ähm oder dass wir einen eigenen wir ähm sag mal schnell der bringer ja wir haben ja noch ein das war so nicht geplant das war was wir sind die die Da fiel mir jetzt gerade nicht mehr zu viel, viel zu einem. So viele waren jetzt nicht geplant von mir, ich bin doch ganz schockiert gerade, also, eine war geplant, eine blöde Möwe, es werden vier am Arsch. Immerhin kann ich im Bett respawnen. Scheiße. Das war doch pure Absicht. Nein, nein, jetzt sind wir im Bett wieder respawned. Ich darf nie wie ein Möwe an, das ist ja allgemein gefährlich. Allerdings weiß ich noch nicht, wie es sonst an ein Tier heute kommen soll. Da muss ja noch irgendwo einer liegen, beziehungsweise zwei. Ich habe hier irgendwo angegriffen. Und wer haben wir denn? Tierhaut. 17 Minuten. Schmiedebrauch. Was ist das denn? Fasern. Wir haben die Schmiede zusammen, Leute. Aber hier lag trotzdem noch irgendwo Tierhaut. Beziehungsweise eine Möwe, ich habe aber vier getötet und nur drei irgendwie eingesackt. Aber na gut. Da will ich mich jetzt auch nicht umstreiten und die paar... Aber ich möchte sie natürlich auch nicht liegen lassen. Aber noch irgendwo eine? Eine kleine und süße Möwe. Schmiedebrauch. Schmiedebrauch. Ähm. Nein, es gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir. Ich warte mich, dass der Knochen... Beim Hauptraum so oder so noch die ganze Zeit viel. Denke ich. Und ähm... Warum dann nicht mitnehmen das, was wir... Kriegen können? Ich habe mir nicht aufgepasst, wann wir angefangen sind. Deswegen, wenn wir jetzt die... Mir ist am Schwein. Die ähm... Decken ziehen. Und die Schmiede hinstauen. Die Schmiede ist die Acht. Wow, Alter. Okay. Das muss ich drinnen hinstellen. Oh mein Gott. Voll mega. Strohdecke stand da doch, oder? Strohdach? Strohdecke. So. Und hier kann man ja hier schön dran irgendwas... Raun. So. So. Aber hier ist irgendwie nur... Eisenwaren. So. Quatsch ich aber... Was ist das für ein Scheiß? Oh, okay. Schön. Ähm... Ich hab gehört, man kann das hier in der Schmiede herstellen. Wasserfass. Wasserfass. Wetter gestellte Schmiede. Ja. Die steht hier. Wie kann ich die nicht erstellen? Wie mache ich denn das? Schmiede! Ist ja schön und gut. Ich kann trotzdem kein Wasserfass herstellen. Warum nicht? Was ist hier kaputt? Ja, Wasserspeicher. Wasserkrug und Wasser. Klasse! Das ist ganz selten. Das gibt es. Trotzdem muss ich doch... Oder muss ich erst irgendwie sowas herstellen und dann... ...mit hergestellt und schmiede. Oh, lustig! Eisen! E-Ridio! Ach du Scheiße! Alter Verweiler! Ja, Cola haben wir ja schon mal. Ist ja schon mal was. Gibt doch Gammelfleisch. Der Gammelfleisch-Skandal. Der Gammelfleisch-Skandal. Der Gammelfleisch-Skandal. Ja, die Klappe. Ich kann hier mal noch kein Wasserfass bauen. Ich rasch aus. Wir haben eine Süßwasserquelle erst einmal gefunden. Aber das nützt man ja übrigens. Na gut, wir machen jetzt hier erstmal eine Pause, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, bleibt weiterhin gesund, wir sehen uns wieder, bis dahin, euer Scary Fairy, ciao, ciao.